Du bist Single und du hast keine Lust darauf, Silvester auf 0815 zu feiern? Weißt du, was das hier ist? Ein Baby. Und zwar nicht irgendein Baby, sondern die Tochter von einem glücklichen, von einem strahlenden Papa, der vor einigen Jahren bei mir im Seminar war. Jetzt könnte man vermuten, dass das ein Mann gewesen sein könnte mit Kontaktschwierigkeiten. Das Gegenteil war der Fall. Er hatte ganz viele Kontakte. Zu Frauen, auch zu sehr attraktiven Frauen. Sein Problem war einfach, keine Beziehung wollte halten. Und genauso habe ich Klienten, die sozusagen das gegenteilige Problem haben, die, obwohl sie schon längst erwachsen sind, ja, wo es einfach nicht zu einer Beziehung kommen will. Ja, und die ganze bunte Palette dazwischen. Wenn auch du aus dem Holz geschnitzt bist, dass du dir sagst, ja, ich bin es mir wert und ich habe den Mut dazu, wirklich zu gucken, was auf der Ebene meiner Psyche, was auf der Tiefe meiner Seele, meinem Beziehungs-, meinem Liebesglück, meinem Lebensglück im Weg steht, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du jetzt auf 1a.is-silvester gehst. Da findest du die Ausschreibung vom Single-Silvester-Seminar, das beinahe ausgebucht ist. Aber, ja, sonst würde dieses Video hier ja keinen Sinn machen. Es gibt auf jeden Fall noch mindestens einen freien Platz. Das heißt, wenn du Gas gibst, dann könntest du noch dabei sein. Du kannst dich für dieses Seminar nicht direkt anmelden. Jeder Einzelne, der sich für das Seminar angemeldet hat, der ist sozusagen einen eigenen, wie nenne ich es, ja, persönlichen Qualifizierungsprozess durchlaufen. Ja, mir ist es ganz wichtig, dass du ganz genau weißt, und zwar wirklich ganz genau, worauf du dich einlässt. Das, was ich anbiete, ist sehr grundlegend. Das kann das ganze Leben verändern. Und, ja, ich mache das seit über 21 Jahren. Insofern kann ich in der Rückschau sagen, es hat das Leben von vielen Menschen sehr grundlegend verändert. Und damit du ganz genau weißt, dass du an der richtigen Stelle bist, ja, wenn du jetzt diesem Link hier folgst, 1a.is-silvester, dann kannst du dich erst mal sehr umfassend informieren, denn ich habe da ein paar direkt zugängliche Videos, die dir einfach helfen, herauszufinden, ob du da an der richtigen Stelle bist. Wenn du den Eindruck hast, es scheint zu passen, dann kannst du dich direkt in ein Webinar einbuchen, das dir dann 90 Minuten geballte Wirkung rüberreicht. Du bekommst Antworten auf Fragen, Fragen, die du dir unbewusst vielleicht schon oft gestellt hast, wo du aber gar nicht dachtest, dass die Antworten so sein könnten, beziehungsweise dass die Antworten ja so eine durchschlagende Wirkung und so einen starken Aha-Effekt haben könnten. Und solltest du dann den Eindruck haben, absolut an der richtigen Stelle zu sein, dann kannst du dich in meinem Online-Kalender für ein telefonisches Gespräch mit mir eintragen und in mindestens 30 Minuten am Telefon klären wir dann gemeinsam, dass du passt und zwar aus doppelter Richtung, dass du eben das Gefühl hast, ja, das ist exakt das, wo du hin möchtest und dass vor allem auch ich das Gefühl habe, ja, in dieses Teilnehmerfeld von zwölf handverlesenen Singles, da passt du absolut rein. Der Begriff Single ist hier übrigens nicht als Starr zu verstehen. Du kannst hier teilnehmen, wenn du Single bist und auch wenn du in einer problematischen Beziehung bist, wo dir klar ist, die Beziehung ist eigentlich schon längst ausgelaufen, aber irgendwie hast du es bisher immer noch nicht geschafft, innerlich auszusteigen. Sollte dich dieses kurze Video hier angesprochen haben, dann geh jetzt auf www.1a.is-silvester, informier dich, gib aber Gas. Wie gesagt, das Seminar ist schon beinahe ausgebucht, es gibt noch einen Restplatz, sonst würde dieses Video hier keinen Sinn machen. Ich würde mich sehr freuen, in Kürze gegebenenfalls auch über die Feiertage, weil die Zeit drängt, dieses 30-minütige Telefongespräch mit dir zu führen. Die ganzen Regularien findest du eben auch, indem du diesem Link hier folgst, www.1a.is-silvester, ja, bookmark dir diesen Link, guck es dir am besten jetzt an, gib Gas, denn ja, der 13. Single, der guckt leider in die Röhre. Bei 12 muss ich Buchungsschluss machen, denn ansonsten hätten die anderen Teilnehmer nicht mehr die maximale Wirktiefe. Das, was ich tue, tue ich seit über 21 Jahren und jetzt klingelt auch noch das Telefon. Ich gelte als der Erfinder vom Selbstbewusstseins-Training und als der Wegbereiter von einigen weiteren Techniken in dem Bereich. Kling dich jetzt ein, geh auf 1a.is-silvester und vielleicht hören wir uns dann schon in Kürze in diesem 30-minütigen Telefongespräch. Bis dahin, ich bin Matthias Schwem.